Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur fünften Einheit unserer Social Media A Vorlesung in diesem Semester. Im Zentrum der heutigen Einheit steht ein, naja ich sage mal eher sperriges, um nicht zu sagen juristisches Thema, nämlich der Datenschutz. Das Thema Datenschutz ist generell mit Medien und insbesondere mit digitalen Medien sehr eng verknüpft. Das hat schlichtweg mit der Art und Weise zu tun, wie das Internet technologisch konstruiert ist. Aber bevor wir näher in dieses Thema einsteigen, lassen Sie uns ein wenig zurückgehen. Was sind überhaupt Daten? Was sind persönliche Daten? Die ersten Institutionen, die Daten sammelten, waren Staaten. Der älteste Beleg für eine Volkszählung stammt aus dem alten Ägypten, aus dem Jahr in etwa 2700 vor Christus. Warum könnten Staaten wissen wollen, wie viele Personen sich auf ihrem Hoheitsgebiet befinden? Ja, ganz pragmatische Gründe. Zum einen natürlich, wenn es um die Steuern geht. Wie viel Steuern muss ein bestimmtes Dorf bezahlen? Könnte eine Grundlage sein, wie viele Personen wohnen dort? Und in den frühen Hochkulturen auch sehr stark verbunden mit dem Thema Wehrpflicht. Also wenn es darum geht, wie viele Männer, wie viele Kämpfer eine bestimmte Region, ein Dorf, eine Stadt entsenden muss, wenn wieder einmal ein Krieg ansteht, dann ist natürlich auch die Bevölkerungszahl sehr, sehr relevant. Volkszählungen waren, wenn Sie so wollen, der Beginn der systematischen Datensammlung. Österreich hat sich da auch besonders hervorgetan. Unter Maria Theresia fand eine der detailliertesten Volkszählungen in Europa statt. Und wie gesagt, im Lauf der Zeit wurden staatliche Gebilde natürlich immer komplexer. Wenn Sie daran denken, egal in welchem Staat Sie leben, europäische westliche Staaten haben eine Menge Daten über ihre Bürger. Da hängen nicht nur Steuerthemen und Wehrpflicht, sondern eine ganze Menge mehr Dinge dran. Diese Daten werden von zentralen, vertrauenswürdigen, hoffentlich staatlichen Institutionen verwaltet. Im Lauf der Zeit oder beziehungsweise, wenn Sie so wollen, im vordigitalen Zeitalter begannen natürlich Unternehmen ebenfalls Daten zu sammeln. Je nachdem, um welche Art von Unternehmen es sich handelt, mehr oder weniger Daten. Denken Sie an Mail-Order-Unternehmen vor dem Internet, Katalogbestellungen und so weiter. Natürlich hatten die auch umfangreiche Adressverzeichnisse und Adressdatenbanken. Genauso aber klassische Kundendateien, die Unternehmen eben führen. Das heißt, diese persönlichen Daten befinden oder befanden sich schon sehr lange Zeit in einem hohen Ausmaß in der Hand von staatlichen Institutionen und Unternehmen, verwalteten auch vor dem Internet bereits Daten ihrer Kunden. Was ist die Besonderheit an digitalen Medien? Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Art und Weise, wie das Internet technologisch funktioniert, geht eben davon aus, und ich habe es in der ersten Einheit schon mal erwähnt, aber ich möchte es Ihnen hier nochmal ganz grundsätzlich diskutieren. Die Idee des Internet war ja zu einem hohen Grad, eine dezentrale Kommunikationsinfrastruktur zu schaffen, in der die einzelnen Teilnehmer, ich gendere hier bewusst nicht, weil mit den Teilnehmern meine ich Geräte, also die einzelnen Computer, Terminals, wenn Sie so wollen, direkt untereinander verbunden sind, ohne zentrale Vermittlungsstelle, wie es im analogen Telefonsystem üblich war. Diente bis zu einem gewissen Grad auch dem Schutz der Infrastruktur, damals in dieser Zeit natürlich stark geprägt, auch von der Befürchtung eines Atomschlags. Damit diese Computer nun miteinander kommunizieren können, müssen die natürlich in der Lage sein, sich gegenseitig zu identifizieren. Wenn ich, es sind technisch sehr vereinfachte Beispiele in der Praxis, sind da natürlich Server zwischengeschalten, aber nur zum Verständnis. Wenn ich direkt auf Ihren Computer zugreifen möchte, dann muss dieser Computer öffentlich im Internet erreichbar sein und ich brauche ja irgendeine Art von Adresse. Im normalen Internet, im World Wide Web, wenn Sie auf eine Webseite zugreifen, dann nutzen Sie in der Regel entweder eine Suchmaschine, wir sagen aus alter Gewohnheit, eine Suchmaschine in der Praxis ist das im Normalfall Google oder Sie lesen einen Artikel, klicken dort auf einen Link oder es handelt sich um eine Seite, die Sie häufiger besuchen und Sie haben sich die Domain gemerkt und Sie geben dann diese Domain ein, ORF.at beispielsweise. Dieses DNS oder Domain Name System, also Namen für Webseiten, Domains eben, URLs, ist nichts weiter als eine Krücke, wenn Sie so wollen, weil wir uns Zahlen sehr schlecht merken können. Technisch betrachtet ist jeder im Internet erreichbare Computer nicht nur sozusagen über diesen Namen aufrufbar, über diesen Servernamen, sondern auch über eine sogenannte IP-Adresse. Technisch gesehen handelt es sich dabei um eine Vierergruppe aus jeweils drei Zahlen, also drei Zahlen mit Punkten dazwischen, viermal und das ergibt eine eindeutige Nummer, mit der eben einzelne Computer angesprochen werden können. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist sehr, sehr vereinfacht für die technisch versierteren Unterinnen. Es gibt mittlerweile IP 6, diese zwölf Zahlen haben nicht mehr ausgereicht mit der anwachsenden Zahl von Computern, aber das sind technische Details, die uns hier nicht weiter interessieren wollen. Der Punkt ist jetzt, wenn ich auf Ihren Computer zugreife, wenn ich also beispielsweise in meinem Browser die IP-Adresse Ihres Computers eingebe, das können Sie auch bei jedem Server machen. Wenn Sie ORF aufrufen und die IP-Adresse wissen, kann man auch herausfinden, dann können Sie die genauso statt ORF-AT in die Adresszeile eingeben. Damit weiß unter Anführungszeichen Ihr Browser, auf welchen Computer er zugreift. Wenn Sie ORF-AT eingeben, dann ist dazwischen ein sogenannter DNS-Server, ein Domäne im Server geschalten und der sagt sozusagen Ihrem Computer, welche IP-Adresse, welche Zahl gehört zu dieser Domain. Wie auch immer, Grundlage sozusagen dieser Adressierung sind diese IP-Adressen und der interessante Teil ist nun, wenn Sie auf oder wenn ich auf Ihren Rechner zugreife, dann brauche ich Ihre IP-Adresse, aber wie gesagt, auf Grund der Art und Weise, wie das Internet technisch funktioniert, erfährt Ihr Computer automatisch unter Anführungszeichen bei diesem Zugriff auch die IP-Adresse meines Rechners. Das gilt ganz genauso, wenn Sie irgendeine Webseite aufrufen, sei es jetzt ORF oder Universität Wien oder was auch immer, dann erfährt der Betreiber oder der Server, auf dem diese jeweilige Seite gehostet ist, Ihre IP-Adresse. Warum ist das ein Thema und warum beginne ich hier mit einer so vergleichsweise langwierigen und komplizierten technischen Erklärung? Nun ja, diese IP-Adresse, die bekommen Sie von Ihrem Internet-Provider. Wenn Sie gerade mit Ihrem Smartphone online sind, dann teilt Ihnen A1 oder Magenta oder eben Ihr jeweiliger Provider diese IP-Adresse zu. Genauso, wenn Sie eine DSL oder eine Standleitung verwenden, die IP-Adresse kommt von Ihrem Provider. Wenn Sie jetzt auf den ORF zugreifen, dann sieht der ORF Ihre IP-Adresse, weiß aber Ihren Namen nicht. Die einzige Institution, die diese Verbindung zwischen Ihrem Namen und der IP-Adresse herstellen kann, ist Ihr Provider, denn der weiß nämlich zum Beispiel, am 20. März bei dieser Handy-Session hatte unser Kunde Richard Bettauer diese IP-Adresse. Das spielt eine Rolle in der Verbrechensbekämpfung, in der Ausforschung von digitalen Verbrechen. In vielen Fällen ist es nämlich möglich, tatsächlich über diese IP-Adresse die Identität der jeweiligen Person festzustellen. Die Polizei oder die jeweiligen ermittelnden Behörden können das nicht von sich aus tun, sondern die müssen beim Provider anfragen und die Gesetzeslage in Österreich ist eben so, dass die Provider dann auch verpflichtet sind, wenn es um eine entsprechende Anfrage der Staatsanwaltschaft handelt, diese Daten auch herauszugeben. Könnte jetzt ein bisschen so klingen, als ob das Internet ganz und gar nicht anonym wäre. Es gibt natürlich auch, und die werden gerade von Cyberkriminellen auch umfassend genutzt, sehr viele Mittel und Wege, um diese IP-Adresse zu obfuscaten oder zu verschleiern, sei es VPN-Networks oder andere technische Methoden. Wenn Sie das nicht tun, wären Sie damit aber relativ leicht identifizierbar. Fußnote, dasselbe technische Prinzip, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie Netflix nutzen, die haben ja unterschiedliche Streaming-Programme in unterschiedlichen Ländern, das heißt, wenn Sie einen österreichischen Netflix-Account haben, beziehungsweise wenn Sie in Österreich sitzen, können Sie auf bestimmte Programme nicht zugreifen und um das zu umgehen, gibt es VPN-Anbieter, die täuschen dann sozusagen Netflix vor, dass Sie in einem anderen Land sind und der Mechanismus, wie das funktioniert, ist eben eine andere IP-Adresse, weil jedes Land auch bestimmte IP-Adress-Rangers hat. Soweit zu den technischen Grundlagen und jetzt fragen Sie sich vielleicht, na gut, das mag relevant sein für die Strafverfolgung, aber wenn die jeweilige Institution ohnehin meinen Namen dabei nicht herausfindet, was ist dann das Datenproblem? In der Entwicklung des Internet gab es nicht nur im Hinblick auf die Recherche, auf die Suche, auf Social-Media-Plattformen viele Evolutionssprünge, sondern auch im Hinblick auf Werbung. Wenn Sie an das klassische analoge Werbesystem denken, haben wir hier die Situation, dass Sie als Werbetreibender sich in einem ersten Schritt überlegen, wer ist meine Zielgruppe und über welches Medium kann ich diese Zielgruppe am effizientesten erreichen. Wenn sich Ihr Produkt an eine sehr breite Öffentlichkeit richtet, sagen wir mal, Klassiker, Sie verkaufen Zahnpasta, keine spezielle Zahnpasta für Kleinkinder oder Senioren, ganz normale Zahnpasta, dann könnte eine Anzeige in einem sehr breiten Medium, Fernsehhauptabendprogramm oder einer reichweitenstarken Tageszeitung Sinn machen. Wenn Ihr Produkt sich an eine sehr spezifische Zielgruppe richtet, zum Beispiel Hewebühnen für Autowerkstätten, dann wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn Sie Ihre Anzeige in einer entsprechenden Fachzeitschrift schalten, die eben primär von Autowerkstättenbetreibern gelesen wird. Das war so die Situation vor dem Internet. In jedem Fall hatten Sie dabei einen gewissen Steuerverlust. Interessant wären und in der Beginnzeit des Internet, sag mal in den 90er Jahren, zweite Hälfte der 90er Jahre, wurde der Großteil der Online-Werbung tatsächlich so geschalten. Es handelte sich um Banner-Werbung, die eben an möglichst passenden Stellen platziert wurde. Mit der technischen Weiterentwicklung des Internet, nicht nur mit Social Media, aber dadurch nochmal befeuert, Sie werden gleich verstehen warum, kam natürlich auch sehr schnell die Begehrlichkeit auf, über das Surfverhalten der einzelnen Nutzerinnen festzustellen, wofür die sich denn interessieren. Wenn Sie regelmäßig Mode-Seiten oder Mode-Online-Shops besuchen und jemand in der Lage wäre, nachzuvollziehen, dass Sie sich für dieses Thema interessieren, dann könnte man diese Daten natürlich ganz wunderbar nutzen, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen. Es ist die Frage, wie kann man so etwas über mehrere Seiten hinweg tracken und da entstanden, ja wie gesagt, Ende der 90er Jahre und dann immer elaboriertere Systeme, diverse Tracking-Methoden. In der Praxis handelte es sich dabei um diese sogenannten Marketing-Pixel. Sie kennen das auch, wenn Sie, Sie haben sicher schon hunderte, wahrscheinlich tausende Male irgendwelche Einverständniserklärungen, Cookie-Banner und so angeklickt. Da müssen Sie sich, oder da dürfen Sie, das ist korrekt gesagt, da dürfen Sie mittlerweile aussuchen, ob man sie tracken darf oder nicht. Das ist eine der Auswirkungen der DSGVO. Vor der DSGVO war das nicht so, sondern jeder hat eben seine Tracking-Pixel eingebaut und diese Tracking-Pixel kommen von, ja im Normalfall von Drittinstitutionen, sei es Google oder seine spezialisierte Marketing-Netzwerke und ganz viele Seiten bauen diese Pixel ein und daraus ergeben sich so Interessensprofile. Die sind jetzt erstmal nicht mit Ihrem Namen verknüpft, aber mit Ihrer IP-Adresse. Im Normalfall, da gibt es ein paar technische Ausnahmen, bleiben IP-Adressen relativ lange konstant. Wenn Sie eine ADSL oder eine Standleitung haben, haben Sie im Normalfall immer dieselbe IP-Adresse und da sieht der Betreiber im Laufe der Zeit dann auch sozusagen, aha, diese Person oder besser gesagt, diese IP-Adresse ruft regelmäßig immer wieder eben beispielsweise Modeseiten auf. IP-Adressen sind nicht die einzige Möglichkeit zu Tracking. Es gibt auch Cookies, sind sicher auch ein Begriff. Das sind kleine, technisch betrachtet, kleine Textdateien, kleine Informationsschnipsel, die Webseiten auf Ihrem Computer hinterlassen. Ihr Browser, je nachdem, ob Sie jetzt Firefox oder Chrome oder Opera verwenden, hat dafür einen speziellen Ordner und Webseiten können dort Cookies hinterlassen. Es gibt unterschiedliche Arten von Cookies, funktionale Cookies. Wenn Sie sich bei einer Seite einloggen, beispielsweise bei einem Online-Forum, dann wird Ihr Login für eine gewisse Zeit lang, je nachdem, wie das bei der Seite eingestellt ist, ja gespeichert, kennen Sie, Sie müssen sich nicht bei jedem Besuch einloggen. Technisch gesehen ist auch das ein verschlüsseltes Cookie. Das sind die sogenannten funktionalen Cookies. Marketing- und Tracking-Cookies schreiben einfach nur einen Code auf Ihrem Computer, der an andere Seiten kommuniziert. Hey, der hat sich das und das oder die hat sich das und das angeschaut oder sich für diese Themen interessiert. Und basierend auf diesen Daten kann man Ihnen dann eben sehr individualisierte Werbung anzeigen. Jetzt gibt es dazu zwei Sichtweisen. Das eine ist, alles was technologisch machbar ist, sollte man auch ausnutzen. Werbung ist sowieso ein Bestandteil des Internet, also dann lieber wenigstens personalisierte Werbung sehen. Das ist die eine Einstellung. Die zweite und ist die, die sich meiner persönlichen Meinung nach zum Glück durchgesetzt hat bei der DSGVO. All diese Daten, diese Interessensprofile sind in einer Welt, in der digitale Beziehungen, in der ja, agieren in virtuellen Räumen von großer Bedeutung ist, sehr, sehr wichtig und die Personen, also wir, sollten jeweils die Kontrolle über diese Daten haben. Nach diesem Beispiel, die ich Ihnen jetzt erzählt habe, denken Sie vielleicht, das ist ja ein bisschen überbewertet. Na gut, es gibt ein paar Unternehmen, die uns personalisierte Werbung anzeigen und es gibt Staaten, die Daten speichern, aber warum diese Riesendiskussion? Die tatsächliche Gefahr oder die Bedrohung liegt in zwei Bereichen. Zum einen waren bisher die einzigen Akteure, die in, ich würde jetzt nicht sagen lückenlos, aber nahezu lückenlosem Maß über Bevölkerungsdaten aller Art verfügen, waren Staaten. Mit der zunehmenden Popularität von Internet-Services und ganz besonderen Social-Media-Plattformen gab es plötzlich eine zweite Art von Player, wenn Sie so wollen, die riesige, umfangreiche Datensammlungen generieren. Facebook ist glaube ich, wie wäre das, wenn man es von der Bevölkerung her vergleicht, wäre Facebook glaube ich der drittgrößte Staat der Erde oder so, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da falsch schläge. In jedem Fall laufen da natürlich riesige Datenmengen auf. Aus Sicht der Social-Media-Plattformen ist es hochgradig interessant und wir werden später im Laufe des Semesters noch eine dedizierte Einheit zur Social-Media-Werbung haben. Ist es natürlich genauso interessant, diese personalisierten Daten möglichst gut auszuwerten, beziehungsweise auch zu kombinieren mit Tracking-Daten aus anderen Quellen. Das kann in harmlosen Bereichen auf der, ja ich sage mal, auf der Ebene der personalisierten Werbung sich abspielen. Das kann aber auch ganz schnell ausgesprochen unangenehme Auswirkungen haben. Stellen Sie sich beispielsweise folgende Situation vor. Sie beziehen den Großteil Ihrer Lebensmittel online. Es gibt ja heutzutage etliche Personen, die das machen. Sie leben in einem Single-Personenhaushalt und kaufen ständig überdurchschnittlich große Mengen an hochprozentigem Alkohol. Jetzt könnte man sagen, wenn Sie nicht am Markt Alkohol verkaufen oder Ihre eigenen Liköre ansetzen, dann werden Sie vermutlich ein Trinkverhalten haben, das langfristig Ihrer Leber bzw. Ihrer Gesundheit nicht sehr zuträglich sein wird. Stellen Sie sich weiter vor, Sie möchten nun eine private Zusatzkrankenversicherung abschließen. Auch etwas, das immer mehr Leute tun. Und Sie gehen, Sie holen dann verschiedene Angebote ein. Ich glaube, dann ist es relativ leicht ersichtlich, dass es einen beträchtlichen Unterschied macht, ob die Versicherung, und gerade in diesem Bereich ist das sehr sensibel, Versicherungsmathematik, beispielsweise auf Ihre Konsumdaten Zugriff hat. Warum? Bei einem stark erhöhten Alkoholkonsum, genauso wie bei Rauchern usw. wird die Versicherung von Ihnen höhere Summen, höhere Beitragssummen verlangen, weil schlichtweg die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mehr medizinische Aufwendungen benötigen, höher ist. Zweite Thema ist, Facebook sammelt diese Daten und nutzt sie zur Ausspielung von Werbung. Facebook nur stellvertretend für andere große Plattformen. Wer stellt denn sicher, dass diese Daten sicher verwahrt werden und nicht an Dritte weitergegeben? Es gibt nicht erst, das war bereits auch im analogen Direct Marketing Bereich üblich, es gibt eine ganze Reihe von Anbietern, ich würde mal sagen, die meisten, würde ich zumindest in meiner Welt jetzt nicht das überdurchschnittlich seriös bezeichnen, wo Sie bestimmte Adresslisten kaufen können zu bestimmten Branchen, Gebieten. Früher waren das postalische Adressen, mittlerweile sind das E-Mail-Adressen und dann können Sie die Leute zuspammen. Das sind natürlich auch häufig Daten, die aus allen möglichen verschiedenen Quellen stammen. Noch brisanter wird das Ganze im politischen Bereich. Wir leben in westlichen Demokratien und sind im Vergleich zu autoritären Regimen hohe Freiheitsgrade gewohnt, aber es gibt mittlerweile ein Beispiel, dass dem berühmten Buch, Sie haben schon gehört, von 1984 von George Orwell, Titel 1984, weil er das Buch 1948 veröffentlicht hat, die Utopie oder besser gesagt Dystopie eines autoritären, perfektionierten Überwachungsstaates, in dem Big Brother, wie Orwell diese Institution nennt, eben alles mitverfolgt, was sie tun. Wir haben jetzt in China seit zwei oder drei Jahren mit dieser Implementierung des sogenannten Social Scoring Systems eine, ja, ich würde mal sagen, ziemlich ambitionierte Umsetzung dieser Dinge, die George Orwell hier beschreibt. Sie bekommen in China für sozial unerwünschtes Verhalten, wenn sie so wollen, Strafpunkte und da fällt jede Kleinigkeit rein, sei es jetzt, dass sie mal eine zu laute Party feiern und die Polizei kommen muss, wahrscheinlich nicht so üblich in China oder dass ihr Auto falsch parken bis hin zu gröberen Verstößen. Auch natürlich politisch unliebsame Äußerungen, das verringert ihren Score und das hat dann ganz konkrete Auswirkungen. Ab einer gewissen Mindestpunktezahl bekommen sie keinen Pass mehr, dürfen nicht ausreisen, das hat Implikationen auf die Wohnungsvergabe und so weiter und so weiter. Sie sehen, das ist alles andere als eine triviale Frage, sich zu überlegen, wer darf diese Daten speichern und wer darf wie damit umgehen. Und diese DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die war bzw. ist gemeinsam mit ihren Nachfolgeregelungen, den DSE, der Versuch der Europäischen Union, hier ein umfassendes Regelwerk zu schaffen. Die Grundstoßrichtung, das ist wichtig zu verstehen, wir wissen ja, die Europäische Menschenrechtskonvention regelt bzw. legt eine Reihe von unumstößlichen Grundsätzen fest, im Zusammenhang mit der Würde des Menschen, körperliche Unversehrtheit und so weiter. Das kennen Sie alles. Dies, wenn Sie so wollen, die ideologische Grundlage der europäischen Verfassungen, diese Grundsätze können auch nicht durch Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Die DSGVO ist nicht weniger als der sehr ambitionierte Versuch, Datenschutz rechtlich ebenfalls möglichst in den Rang eines Menschenrechts zu heben. Als dermaßen wichtig hat die Europäische Union diesen Bereich erkannt und ich war damals, als die DSGVO verabschiedet wurde bzw. implementiert wurde, auch bei einigen Diskussionen und EU-Veranstaltungen. Das war ausgesprochen spannend, weil das ist tatsächlich weltweit der ambitionierteste Versuch, dieses Thema zu regeln. Aber wenn wir kurz auf die Geschichte blicken, 1970 gab es das erste digitale Datenschutzgesetz der Welt, übrigens in Hessen, in Deutschland, noch vor dem Internet. Das bezog sich eher auf den Umgang mit Datenspeicherung in Mainframes und Rechnern. Bereits 1983 hat das Höchstgericht in Deutschland das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bestätigt. Auch sehr, sehr früh, wenn Sie bedenken, 1983 war das Internet noch kein gesellschaftliches Thema. Und schon 1995, also auch noch über 20 Jahre vor dem Inkrafttreten, hat sich die Europäische Union dann mit dieser Direktive über den Datenschutz begonnen zu beschäftigen. Und 2000 beschloss man dann das Safe-Haver-Abkommen. Das ist auch erwähnenswert, was bedeutet Safe-Haver. Wir haben hier ein sehr spezifisches Problem. Ein Staatengebilde, ein multinationaler Staat, Staatenverbund beschließt, strengere Datenschutzregeln einzuführen. Die zielen grundsätzlich mal auf alle Unternehmen, Organisationen, Institutionen ab, die Daten speichern. Aber die Big 7, die großen digitalen Anbieter kommen alle aus den USA. Das ist natürlich schwierig. Wie wollen Sie ein anderes Land zwingen, Ihre Gesetze einzuhalten? Und Sie allein an die unterschiedlichen Bestimmungen, was legal ist, was illegal ist, denken, Stichwort nackte Brüste in den USA, riesengroßer Skandal, in Europa kein großes Thema. Wie soll das dann bei einem so umfassenden Regelwerk funktionieren, wenn eigentlich diese Daten, zumal bei Social-Media-Netzwerken, um dies hier geht, alle in den USA gespeichert werden? Das war in einem Safe-Haver-Abkommen geregelt. Und dieses Safe-Haver-Abkommen sagte im Wesentlichen, amerikanische Anbieter, die Daten europäischer Kunden speichern, müssen das in den USA auf Servern nach denselben Sicherheitsstandards tun, die in Europa gelten. Ich könnte fast sagen, das war, und das wurde auch von Beginn an stark kritisiert, eine etwas österreichische Lösung. Man hat halt gesagt, er müsste das so machen, wirklich überprüfbar war das niemals. Was Sie hier auf dieser Grafik sehen, das ist auch interessant, wenn man das gegenüberstellt. Die rote Linie ist sozusagen die Entwicklung der Informationstechnologie und die blaue Linie, die Relevanz von Datenschutz. Und Sie sehen, Safe-Haver wurde kurz vor den 9-11-Terrorangriffen beschlossen und die haben eine ganze Menge geändert. Warum? Weil nach diesem Angriff auf die World Trade Center Towers die USA ihre Gesetzgebung, speziell im Hinblick auf Terrorismusbekämpfung, drastisch verändert haben. Die Homeland Security wurde gegründet und es war plötzlich Überwachung, Ed Snowden hat das später sehr ausführlich und beeindruckend dokumentiert, in einem Umfang, in einem Ausmaß möglich, der früher eigentlich nicht denkbar gewesen wäre. Zugleich kam es dann natürlich auch mit der stärkeren Prävalenz der digitalen Technologie zu immer mehr Problemen mit Hacks und Data Breaches. 2009 beschlossen dann einzelne europäische Staaten strengere Gesetzgebungen. 2015 wurde dieses Safe-Haver-Abkommen wegen Sinnlosigkeit unter Anführungszeichen außer Kraft gesetzt und 2018 trat dann die DSGVO in Kraft. Und ich habe Ihnen vorher schon gesagt, das ist ja alles andere als eine triviale Situation, wenn Sie als ein Staat oder als ein Staatengebilde andere Anbieter, die sich nicht auf ihrem Hoheitsgebiet befinden, zwingen wollen, sich an ihre Gesetzgebung zu halten. Die DSGVO oder International GDPR für General Data Protection Regulation hat dazu einen interessanten und eher ungewöhnlichen Ansatz in der multinationalen Gesetzgebung gewählt und zwar das Marktortprinzip. Die Prinzipien und die Grundsätze der DSGVO gelten nicht nur für sämtliche Unternehmen innerhalb der EU, sondern für sämtliche Unternehmen weltweit, die ihre Services in der EU anbieten. Das heißt, wenn Sie ein thailändischer Apartmentvermieter sind, der seine Unterkünfte auch in einem oder mehreren Ländern der Europäischen Union anbietet, zum Beispiel über einen Online-Shop, über ein Buchungssystem, dann sind Sie im Umgang mit den Kundendaten ebenfalls verpflichtet, sich an die DSGVO zu halten. Eine andere Frage ist natürlich, und das hängt vom jeweiligen Land ab, die Durchsetzbarkeit. Aber das war mal grundsätzlich die Idee. Und natürlich, wie gesagt, es gab da schon eine lange Diskussion, die dem voranging. Aber im März 2016 wurde die erste offizielle Fassung der europäischen DSGVO formuliert und vom Parlament ratifiziert. Und Sie wissen ja, in der europäischen Gesetzgebung gibt es diese Implementierungsperiode. Das heißt, das Europäische Parlament beschließt ein Gesetz und dann haben die Nationalstaaten eine bestimmte Zeit, um dieses Gesetz zu implementieren. Das waren in dem Fall zwei Jahre. Wenn ein Staat bei dieser Umsetzung in nationale Gesetzgebung bremsen würde, er sich verzögert, dann würde der Entwurf sozusagen direkt in Kraft treten. Also da gab es auch keine Möglichkeit, das irgendwie rauszuzögern. Das mussten alle EU-Mitglieder machen. Nachdem es sich um ein sehr, sehr ambitioniertes Gesetzesverfahren handelt, konnte in diesem ersten Entwurf nicht alles umfassend geregelt werden. Aber, wie gesagt, die Hauptstoßrichtung, dass man in erster Linie eben darauf abzielte, aus dem Datenschutz, aus dem ganzen Thema ein Menschenrecht, ein Grundrecht zu machen, die zieht sich mal durch dieses gesamte Gesetzeswerk. Ein zweites Thema war natürlich auch, dass die Europäische Union in diesem wirtschaftlich ausgesprochen bedeutenden Bereich eine stärkere Homogenisierung der europäischen Gesetzeslage erreichen wollte. Es gab vorher unterschiedliche, zwar ähnliche, aber dennoch in Details stark unterschiedliche nationale Gesetzgebungen. Es gilt, wie so oft, im Gesetzgebungsbereich hier zwei Dinge miteinander abzuwägen. Zum einen der Schutz personenbezogener Daten, darum geht es ja in der DSGVO im Zentrum. Und zum zweiten aber der freie Verkehr personenbezogener Daten. Sie wissen, ein wichtiges Prinzip in der Europäischen Union ist die Niederlassungsfreiheit, das Schengen-Abkommen, das länderübergreifende Reisen ohne Grenzkontrollen ermöglicht und so weiter. Und da gehört tatsächlich auch innerhalb der EU zumindest der freie Verkehr personenbezogener Daten dazu. Also nicht ganz trivial, diese beiden Anforderungen auszutarieren. Sie können, wenn Sie juristisch interessiert sind und sich näher damit befassen möchten, dann können Sie den offiziellen Gesetzestext sowohl der Grundverordnung, wie ihn die EU beschlossen hat, als auch der österreichischen einzelnen Länder, Umsetzungen im Detail durchsehen. Das sind sehr, sehr umfassende Gesetzeswerke. Mir geht es in dieser Einheit nur darum, um Ihnen die Grundideen beizubringen. Das erste Prinzip der DSGVO ist das Verbot der Datenspeicherung. Das mag jetzt erstmal überraschen. Wie soll man überhaupt heutzutage irgendwelche Geschäfte betreiben, ohne Daten zu speichern? Nun ja, die DSGVO sagt, es ist grundsätzlich verboten, Daten zu speichern außer. Das bezeichnet man im juristischen Bereich als taxative Methode, als taxative Aufzählung. Das heißt, es gibt bestimmte Fälle, in denen Sie Daten speichern dürfen, unter bestimmten Umständen. In allen anderen Fällen ist das mal grundsätzlich verboten. Wichtig zu erwähnen ist natürlich auch, dass die DSGVO grundsätzlich nur für Unternehmen und Organisationen gilt und nicht für Privatpersonen. Allerdings ist die Flughöhe da relativ gering, sobald Sie in der Praxis beispielsweise eine Webseite, einen Blog betreiben, aus dem Sie in irgendeiner Art und Weise einen, wie das so schön heißt, wirtschaftlichen Vorteil ziehen. Also konkret gesagt, indem Sie beispielsweise Produkttests machen und dafür Proben zugeschickt bekommen, würde ein Gericht das bereits als professionelles wirtschaftliches Angebot bezeichnen und Sie fallen dann auch unter all diese Regelungen. Grundsätzlich fordert die DSGVO das Prinzip Privacy by Design. Das heißt, bei der Entwicklung neuer Tools, Geschäftsmodelle, sollte Datensparsamkeit bzw. sollten diese Regeln bereits grundsätzlich mitgedacht werden. Die DSGVO unterscheidet zwischen zwei Arten von sogenannten personenbezogenen Daten, um die geht es ja. Normale personenbezogene Daten und sensible Daten, zu denen etwa Religionszugehörigkeit oder beziehungsweise medizinische Daten gehören. Die unterliegen nochmal besonderen Einschränkungen. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Wie jedes Gesetz lässt dieser Definition einiges an Gestaltungsspielraum und ich habe auch ganz bewusst begonnen mit der Erklärung des IP-Adresssystems, denn eine der großen Diskussionen war, ist die IP-Adresse ein personenbezogenes Datum oder nicht. Wie gesagt, der Serverbetreiber kann die im Normalfall nicht dem Namen zuordnen, außer sie registrieren sich dort und geben ihren Namen mal ein. Es herrscht keine komplette Einigkeit unter Juristen drüber, aber ich sage mal so, die Mehrheit war eigentlich der Ansicht, dass es sich durchaus um personenbezogene Daten handeln könnte. Das ist auch der technische Hintergrund, warum in der korrekten Umsetzung der DSGVO es seitdem quasi verboten ist, IP-Adressen komplett und längerfristig zu speichern. Auch Google Analytics musste aufgrund der DSGVO einiges an Technologie umstellen. Das heißt, diese personenbezogenen Daten beziehungsweise die besonders schützenswerten personenbezogenen Daten, da gehört alles Mögliche dazu, nicht nur die IP-Adresse, sondern auch Gerätekennungen. Jedes Smartphone hat eine eindeutige E-Mail, Mobiltelefonnummern, Adressen, Nutzungsdaten, diverser Services, Kontaktdaten, Kalendereinträge, selbstverständlich auch persönliche Nachrichten, Kontoverbindungsdaten, eigentlich alles, was so an persönlicher Kommunikation anfällt. Die DSGVO regelt nun, wie beziehungsweise wie nicht derartige Daten verarbeitet werden dürfen. Zur Verarbeitung gehört logischerweise das Erheben der Daten, das Erfassen, die Organisation, die Ordnung, die Speicherung, Anpassung, Veränderung, Auslesen, ja kurz gesagt eben alles, was man mit solchen Daten tun kann. Eine unmissverständliche Forderung besteht in der sogenannten Einwilligung. Sobald irgendjemand ihre Daten irgendwo speichert, müssen sie explizit darauf hingewiesen werden und einwilligen. Also seit 2018 gibt es auch in jedem Kontaktformular, das sie abschicken, bei jedem Kommentar, das sie auf einer Webseite schreiben, bei jeder Registrierung, eine extra Checkbox. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden dürfen. Das soll für mehr Transparenz sorgen. Und all das, was ich Ihnen hier erkläre, gilt grundsätzlich erstmal für volljährige Erwachsene. Minderjährige Personen sind hier nochmal besonders geschützt und brauchen in vielen Fällen für diese Datenspeicherung. Ob das in der Praxis jetzt so gehandhabt wird oder nicht, ist eine andere Frage. Also bräuchten in der Praxis für die Speicherung ihrer Daten sogar das Einverständnis der erziehungsberechtigten Personen. Sie müssen aber nicht nur dokumentieren oder sie müssen nicht nur darauf hinweisen, dass sie diese Daten speichern, sondern sie müssen auch genau sagen, wie und wo und wer sie sind. Das bezieht sich jetzt auch auf so Dinge wie Impressumspflicht und ebenfalls seit 2018 ein absolutes Muss auf jeder Webseite, die Datenschutzerklärung, in der eben genau die Identität des Unternehmens geklärt werden muss, die Zuständigen und in der sämtliche Zwecke der Datenerhebung genau dokumentiert werden müssen. Und das ist bei modernen Webseiten natürlich alles andere als trivial. Das kennen Sie sicherlich auch alle aus Ihren persönlichen Surferlebnissen. Es gibt immer wieder Seiten, seien es jetzt Medienseiten oder sonstige, die in ihren eigenen Artikel-Elemente aus Social Media einbinden. Beispielsweise ein Tweet, das da eingebunden ist. Im Normalfall oder bei korrekt implementierten Seiten wird dieses Tweet nicht sofort geladen, sondern Sie müssen nach dem Besuch der Seite auf irgendeinen Schalter, Button oder sonstwas klicken und sagen, ich bin damit einverstanden, dass diese Information von Twitter geladen wird. Technischer Hintergrund dazu ist wiederum genau dieses IP-Adress-Thema. Wenn Sie der Standard-Ad besuchen und Standard bindet irgendein Tweet ein und lädt dieses Tweet von den Twitter-Servern, dann bekommt nicht nur der Standard Ihre IP-Adresse, sondern auch Twitter. Also auch hier wieder eine Datenweitergabe. Es geht aber nicht nur um die Dokumentation. Sie müssen Ihren Subjekten, so nennt die DSGVO die Personen, deren Daten gespeichert werden, jederzeit die Möglichkeit geben, abzufragen, welche Daten über Sie gespeichert sind, diese Daten gegebenenfalls zu korrigieren oder auch löschen zu lassen. Das heißt, auch wenn Sie einmal zugestimmt haben, dass irgendjemand Ihre Daten speichern darf, können Sie das jederzeit wieder rufen und wenn da irgendwas nicht umgesetzt wird, dann gibt es mittlerweile in sämtlichen europäischen Ländern dedizierte Datenschutzbehörden. Da hätten Sie dann auch die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Kann man jetzt beim Finanzamt anrufen und sagen, ich kann leider keine Steuererklärung abgeben, ich habe alle meine Daten gelöscht, DSGVO-konform? Natürlich nicht. Es gibt bestimmte rechtliche Ausnahmen. Die DSGVO erlaubt Ihnen lediglich, Daten so lange zu speichern, wie Sie sie für die konkreten Zwecke jeweils benötigen. Das heißt, wenn jemand den Newsletter Ihres Unternehmens abonniert, dann dürfen Sie die E-Mail-Adresse bzw. den Namen so lange speichern, bis die Person diesen Newsletter abbestellt. Es gibt allerdings einige andere rechtliche Regeln aus dem Wirtschaftsrecht, eben Rechnungen müssen acht Jahre aufbewahrt werden. Die sind natürlich dann ausgenommen von solchen Löschungen. Für persönliche Daten gilt das aber immer. Um zu demonstrieren, wie ernst es der Europäischen Union mit Datenschutz ist, wurden für Verstöße gegen die DSGVO enorm hohe Bußgelder festgelegt, die auch für sehr viel Diskussion sorgen zu Beginn. Das können theoretisch, zumindest bei größeren Unternehmen, bis zu 20 Millionen Euro für einen Verstoß sein, beziehungsweise bis zu zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Die letzten Jahre haben allerdings auch gezeigt, dass hier nicht so heiß gegessen wird, wie gekauft. In den meisten Fällen kommt es bei gemeldeten Verstößen erstmal zu Verwarnungen und diese sehr, sehr hohen Bußgelder kommen eigentlich erst bei, wie nennt man das juristisch, bei Unansichtigkeit oder mehrfachen Verstößen zum Tragen. Diese Rechte der Betroffenen nennt die DSGVO Informationsrecht, Auskunfts- und Widerspruchsrecht, beziehungsweise Recht auf Berichtigung und Löschung und Datenübertragbarkeit wurde hier auch vorgeschrieben. Was bedeutet das? Das ist eine Regelung, die sehr konkret auf Social Media Plattformen abzielt. Wenn Sie jetzt Facebook oder LinkedIn oder Twitter eine Zeit lang oder sogar mehrere Jahre benutzen, dann entstehen da natürlich eine Menge Daten, je nach Plattform. Auf Twitter, wenn Sie das aktiv nutzen, eine Menge Tweets und Replies, LinkedIn, andere Arten von Daten. Und die DSGVO verlangt, dass Sie, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte das nicht mehr nutzen, dass Sie Ihre eigenen Daten da alle mitnehmen dürfen, müssen. In der Praxis wurde das realisiert über diese Download-Funktion. Sie finden auf jeder Social Media Plattform irgendwo in den Settings die Möglichkeit, einen Dump Ihrer eigenen Daten herunterzuladen. Das ist sozusagen die technische Umsetzung dieser Datenübertragbarkeit. Personenbezogene Daten sind immer dann zu löschen, wenn die Speicherung nicht mehr notwendig ist, wenn jemand seine Einwilligung zurückzieht und wie gesagt, dem keine anderweitigen rechtlichen Verpflichtungen gegenüberstehen, beziehungsweise wenn eine Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten notwendig ist. Ebenfalls im Kontext der DSGVO zu sehen, ist dieses sogenannte Recht auf Vergessenwerden. Da gab es am Anfang sehr intensive Auseinandersetzungen mit Google. Stellen Sie sich vor, irgendwelche fehlerhaften oder veralteten Daten tauchen über Sie auf. Da hat sich Google immer auf den Standpunkt gestellt, dass wir indexieren nur Originaldaten. Schau bitte, dass der Originalpublisher das entfernt. Das ist in vielen Fällen nicht möglich. Auch da musste Google nachbessern. Dieses Recht auf Vergessenwerden wurde daher auch häufig als Lex Google bezeichnet. Profiling hat ja zwei Bedeutungen. Zum einen im kriminalistischen Bereich die Profiler, die Data Profile erstellen. Zum anderen gibt es aber natürlich auch das automatisierte Profiling aus großen Datenmengen, wo es darum geht, um bestimmte persönliche Aspekte beispielsweise bezüglich Arbeitsleistung, Gesundheitsdaten, wirtschaftliche Lage, persönliche Vorlieben zu analysieren oder vorherzusagen. Diese Art des Profilings ist laut DSGVO grundsätzlich verboten, wenn sie eine rechtliche oder ähnliche Wirkung für den Betroffenen entfaltet. Da wären wir genau bei dem Beispiel mit der privaten Gesundheitsversicherung. Was bedeutet das alles? Die DSGVO ist kein Gesetz, das jetzt nur auf Social Media Plattformen oder große Anbilder abzielt. Mit dem Inkrafttreten im Jahr 2018, oder anders gesagt als Inkrafttreten, brachte sehr vielen Juristen und Dienstleistern eine Menge Zusatzarbeit, wenn sie so wollen, weil diese verschiedenen Grundsätze, eben das Recht auf Auskunft bis hin zur Datenschutzerklärung, je nach Organisationsgröße ist auch ein dedizierter Datenschutzverantwortlicher zu benennen und auszubilden und so weiter. Das war alles ein ziemlich hoher Umstellungsaufwand. Das Gesetz zielt natürlich in erster Linie auf die großen Anbieter ab. Daran halten muss sich aber auch jedes kleine Unternehmen. Und ich habe da ein kurzes Video. Rechtsanwalt Christian Solmecke betreibt einen sehr empfehlenswerten YouTube-Kanal, wenn Sie sich für Medienrecht interessieren. Ist natürlich auf Deutschland bezogen, aber wie gesagt die DSGVO, die gilt ja in ganz Europa. Das möchte ich Ihnen gern kurz vorspielen. Das zeigt auch ein wenig die grundsätzliche Problematik bei der Implementierung strikter Datenschutzregeln. Schauen Sie sich das mal an. Es ist egal, ob ich ein Foto von euch mache, euch eine Visitenkarte übergebe oder euch einfach nur anrufe. Künftig muss ich euch immer noch eine Datenschutzerklärung mitgeben. Das ist der absolute Wahnsinn, glaubt ihr. Aber es ist die Wahrheit zumindest, wenn es nach den Willen der Datenschutzgrundverordnung geht. Was da genau los ist, möchte ich euch anhand einer kleinen Spielszene genauer erläutern. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und neben mir steht meine reizende Kollegin Scarlett. Scarlett hat sich bereit erklärt, mal mit mir in einem kleinen Rollenspiel darzulegen, was die Datenschutzgrundverordnung auch bedeuten kann. Und ja, nett, dass du das für uns machst. Und wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Visitenkarten zu übergeben. Datenschutzkonforme Visitenkartenübergabe. Wärst du so nett, mir deine Visitenkarte zu erreichen, Scarlett? Aber doch, Christian, meine Visitenkarte. Oh, vielen Dank. Ah, Scarlett Lüning ist ihr Name. Ich möchte diese Visitenkarte nachher in meinem Ordnungssystem ablegen. Was da ist, ein Halter für Visitenkarten. Sind Sie damit einverstanden? Wie sieht es mit Ihrem Datenschutz aus? Ja, das ist kein Problem. Ich habe eine Datenschutzerklärung mitgebracht. Die gebe ich Ihnen hier an dieser Stelle. Aber Sie sind einverstanden, dass ich die Visitenkarte ablege? Ja. Gut, sehr gut. Sie haben meine Datenschutzerklärung. Darf ich Ihnen meine Visitenkarte überreichen? Aber gehen wir doch. Ich bin im Übrigen damit einverstanden, dass Sie diese in Ihrem Ordnungssystem ablegen. Dankeschön. Das geht allerdings nicht ohne weiteres, wie Sie wissen. Ja, dann kriegen Sie natürlich auch meine Datenschutzerklärung. Vielen Dank. Und die stecke ich dann hier rein. Vielen Dank für Ihre Datenschutzerklärung. Vielen Dank für Ihre Visitenkarte. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Gleichfalls danke. Das war die Übergabe von Visitenkarten. Doch das ist ja noch verhältnismäßig simpel. Jetzt wird es viel schlimmer. Selfies, auf denen hinten jemand zu sehen ist. Oder noch ganz kompliziert. Ich möchte einfach jemanden knipsen und der ist sogar damit einverstanden. Fangen wir mal damit an. Scarlett, wärst du damit einverstanden, dass ich ein Foto von dir mache? Aber klar doch. So, es ist hervorragend geworden. Schaust dir einmal an. Sehr schön. Aber, 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 ich kann dich so leider nicht gehen lassen. Ich muss dir nämlich noch meine Datenschutzerklärung mitgeben. Denn ohne Datenschutzerklärung hätte ich dieses Foto gar nicht anfertigen dürfen. Bitte schön. Hier meine 27 Seiten Datenschutzerklärung. Und dieses Foto ist für den Abdruck in einer Zeitung gedacht. Und weißt du, du hast übrigens das Recht, es jederzeit löschen zu lassen. Das ist interessant. Das wird mich für die komplizierte Situation stellen, dass wenn ich das erstmal in der, naja Zeitung ist schon wieder schwierig, da wäre ich Journalist, auf der Internetseite habe, ich es dann auch wieder löschen lassen muss. Das könnte schwierig werden. Das könnte schwierig werden. Also, danke für deine Einwilligung. Die kannst du aber nachher über Datenschutz wieder wieder rufen. Also, ziemlich strange Situation. Auf jeden Fall. Naja, und dann gibt es noch die Situation, dass jemand bei uns zum Beispiel in der Kanzlei anruft, ohne dass er vorher mit uns in Kontakt stand. Ruf mich doch mal bitte an, Scarlett. Ah, es klingelt. Rechts einmal Solmecke von der Kanzlei Wilde Beuger-Solmecke. Was kann ich für Sie tun? Lüning, guten Tag, ich hätte gerne einen... Halt! Bitte reden Sie nicht weiter. Ich muss Ihnen leider erst, bevor ich jetzt weiter was von Ihnen erfahre, die Datenschutzerklärung vorlesen. Das sind 27 Seiten. Machen Sie sich auf einen 90-minütigen Vortrag gespannt. Denn selbst wenn ich jetzt Ihren Namen aufschreibe, Sie sagten gerade Lüning, ich habe es gespeichert, aber noch nicht in einem Ordnungssystem niedergeschrieben. Scarlett Lüning. Oh, da ist es schon passiert. Nein, ich muss Sie vorher noch belehren. Sie haben das Recht, eine Bestätigung von mir darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Eine solche Verarbeitung liegt vor und Sie können folgende Auskunft verlangen. Sie können verlangen den Zweck, zu dem personenbezogene Daten verarbeitet werden, die Kategorien von personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, die Empfänger beziehungsweise die Kategorien von Empfängern, gegen die Sie die betreffenden Personen offengelegt wurden oder noch offengelegt werden. Sie können die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden Personendaten oder falls konkret Angaben hier nicht möglichst im Kriterium für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtbehörde, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft, das Bestehen einer automatisierten Entscheidung, in der Einrichtung der Profile gemäß Artikel 22 TSGVO, zumindest in diesem Fall eine Aussage, die Informationen über die Involve- und Logik sowie die Tagweide-eigentlichen Ausrichtung in den Ersteckern Auskunft zu verlangen, aus dem Personendaten, ... Haben Sie das alles verstanden? Auf jeden Fall, genug. Dann danke ich Ihnen erstmal recht herzlich, dass Sie noch nicht aufgelegt haben. Da ich allerdings nachweisen muss, dass Sie diese Daten auch erhalten haben, würde ich Ihnen gerne das Ganze auch nochmal per E-Mail übersenden, sodass Sie das auch nochmal in dokumentarischer Form haben. Jetzt nochmal die abschließende Frage, möchten Sie wirklich Mandantin bei uns werden? Das muss ich mir glaube ich noch überlegen. Auf Wiedersehen und beim nächsten Telefonat muss ich Ihnen dann leider allerdings diese Informationen noch einmal vorlesen. Danke fürs Anrufen. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. Was ihr seht, es ist absurd. Wenn man die Regeln des Rechts wirklich ernsthaft mal betrachten will, dann wird es künftig zu solchen Situationen kommen. Und da muss man sagen, bleibt uns doch eigentlich nichts anderes übrig, als den Menschen zu raten, an den Stellen müsst ihr das Recht brechen. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass meine Friseurin mir eine 27-seitige Datenschutzerklärung vorliest, bevor sie meinen Namen, personenbezogenes Datum, in ihr Ordnungssystem, nämlich den Kalender übernimmt. Irre, oder? Unfassbar. Also, da überlegt man sich, ob er noch irgendwo anrufen möchte. Da überlegt man sich auch irgendwo anrufen möchte, aber zum Glück, die Leute halten sich nicht alle dran. Wir wollen nicht dazu aufrufen, in irgendeiner Weise geltend das Datenschutzrecht zu brechen, auf keinen Fall. Aber es ist schon krass, was da auf uns zurollt. Es ist nicht lebensnah. Es ist nicht lebensnah. Insofern danke dir, Scarlett, dass du dieses kleine Spielchen mitgespielt hast. Danke euch. Herzlich willkommen. Dieser kleine Play zeigt, glaube ich, sehr gut, wo die Probleme, gerade auch bei einer so ambitionierten Regelung, liegen können. Wie schon vorhin erwähnt, es wird dann meistens nicht so heiß gegessen wie gekocht. Allerdings, gerade in dieser Umstellungsphase, versuchten natürlich alle möglichst venibel vorzugehen. Und ich habe da auch persönlich einige durchaus skurrile Dinge erlebt. Aber eben, wenn man sich genau an das Gesetz hält, dann ist das eben so umzusetzen. Zum Beispiel meine Großmutter, die mittlerweile leider verstorben ist, die lebte in einem Pflegeheim. Und die haben dann an die einzelnen Zimmer, Fotos und Namensschilder der Leute draufgetan, wie es halt in vielen Heimen üblich ist. Und ich musste dann damals eine Einverständnis- und Datenschutzerklärung, sozusagen stellvertretend als Erwachsenenvertreter, unterzeichnen. Abzielen tut das Ganze natürlich, wie gesagt, darauf, dass vor allem die großen Unternehmen sorgsamer mit dem Thema Datenschutz umgehen. Und das vor allem, und auch das war natürlich eine der Hauptideen, dass die Personen, in dem Fall konkret die Bürgerinnen der Europäischen Union, bessere Kontrolle über ihre Daten haben. Dazu gehören diese ganzen Auskunftsrechte, Berichtigungsrechte und so weiter. Und vor allem auch die Transparenz zu wissen, wer speichert meine Daten. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, 2018 bis 2024, das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das im März 2018. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich genau sechs Jahre DSGVO in Kraft, also bereits einige Erfahrungswerte. Ist es mittlerweile unmöglich geworden, eine Visitenkarte zu übergeben und rechtskonform zu speichern? Nun, es werden nach wie vor sehr viele Visitenkarten übergeben. Der Organisationsaufwand für Unternehmen ist durchaus höher geworden. Auch die großen Plattformen mussten sich in vielen Bereichen darauf einstellen. Ein großes Thema ist natürlich immer noch die Blackbox-Frage. Wie vorhin schon erwähnt, die Server von Meta, von LinkedIn und so weiter, die stehen weitgehend in den USA. Aber daher eben auch dieses Marktort-Prinzip, also eben die Verpflichtung, die entsprechenden Regulierungen auch dann umzusetzen, wenn man seine Services innerhalb der EU anbietet. Was das in der Praxis heißt, Facebook könnte jetzt sagen, mir ist die DSGVO egal, ich mache das nicht. Wenn der Service weiterhin in Europa angeboten werden würde, gäbe es da hohe und dann immer höhere Strafen, bis hin zur sozusagen wirtschaftlichen Unrentabilität. Und Facebook müsste dann letztendlich hergehen und dürfte seine Services, WhatsApp, Instagram, Facebook in Europa nicht mehr anbieten. Einige, wenige Seiten haben das sogar getan. Koch recht gerne und verfolge auch viele amerikanische Rezeptseiten. Und da gab es einige, die gesagt haben, mir ist die Umstellung und das Risiko eines möglichen Bußgeldbescheids zu hoch. Und die haben dann einfach das Ganze, ihre Server so eingestellt, dass man als Person, die aus Europa zugreift, nur die Meldung bekommen hat, geht leider aus GDPR-Gründen nicht. Das war aber nur eine kleine Minderheit. Die meisten haben das natürlich umgesetzt. Ist das Thema GDPR mit diesen Regelungen jetzt erledigt? Müssen wir uns in Zukunft keine Sorgen mehr darüber machen? Nein, selbstverständlich ganz und gar nicht. Zum einen entwickeln sich digitale Technologien weiter und zum anderen gibt es natürlich auch ein starkes Beharrungsvermögen dieser Services. Die sind daran interessiert, die Daten zu verwenden, zu verwerten, für Werbung zu nutzen. Und die DSGVO war seitens der EU ein erster Schritt. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von Folgegesetzen, die uns oder unseren Kernbereich fast noch mehr betreffen. Die neueste, wie nennt man das, das neueste Addendum, der neueste Zugang ist die sogenannte, eigentlich ein Set von Gesetzen, Digital Services Act, der in Kraft getreten ist Mitte vorigen Jahres. Und während sich die DSGVO ganz konkret an sämtliche Unternehmen innerhalb der EU ihre Services Dienstleistungen anbieten richten, bezieht sich der DSA oder DSE ganz konkret auf die großen Anbieter. Wobei handelt es sich? Es handelt sich um, wie gesagt, ein Set von Gesetzen, beziehungsweise Verpflichtungen, die in erster Linie auf Transparenz abzielen. Das eine Thema bei den großen Plattformen ist natürlich, wie speichern die unsere Daten, wie sorgsam gehen die damit um, gibt es da Profiling-Aktivitäten, werden die Daten möglicherweise an jemanden weitergegeben. Die zweite Frage ist, wie handeln die großen Plattformen das Thema Moderation? Die EU hat ja relativ klare Vorgaben, wenn sie Betreiber einer Social Media Plattform sind und sie werden aufmerksam gemacht, dass jemand rechtswidrige, verhetzende Inhalte und so weiter gepostet hat, dann sind sie dazu verpflichtet, das zeitnah zu entfernen. Außerdem müssen diese Plattformen auch Anstrengungen unternehmen, um sozusagen von sich aus für ein sicheres Umfeld zu sorgen. Kurz gesagt, dieser DSA Transparency Act, ein wichtiger Teil davon ist diese Datenbank, die Sie hier am Screen sehen. Ich werde den Link dann auch ins Moodle dazustellen. Das ist ein interaktives Interface und da können Sie sehr genau nachvollziehen, welche Plattform wann und warum und wie viele Inhalte entfernt hat. Was Sie hier auf dieser Grafik zum Beispiel sehen, das ist eine Linie, wenn ich da jetzt auf den Punkt gehe von Februar, dann sieht man bei AliExpress waren das 33.000, bei Amazon 557.000 Postings. Bei Amazon wird es sich wohl um Rezensionen, um Reviews handeln in erster Linie, bei LinkedIn 430. Und es gibt dann noch eine wesentlich detailliertere Plattform, wo diese einzelnen Removal Requests aufgeschlüsselt sind und wo die Plattformen eben genau angeben müssen, wie und wann, warum sie welche Inhalte entfernt haben. Das soll sozusagen auch ein wenig dem Wildwuchs oder der Etablierung eigener Regeln entgegenwirken. Und es gibt auch hier Beschwerdemechanismen. Eines der großen Themen in den letzten Jahren war ja immer wieder, dass es gibt viele Publikationen dazu, dass Plattformen sehr lax mit der Entfernung dieser Inhalte umgingen, beziehungsweise die teilweise sogar ganz stehen haben lassen. Das heißt, all diese Regelungen zielen auf mehr Transparenz ab und im Kern, möchte ich Ihnen noch gerne zeigen, das sind alles offizielle EU-Seiten, der DSE zielt auf vier Zielgruppen ab, wie die EU da auf ihrer offiziellen Kampagnenseite sagt, For citizens, better protection of fundamental rights, more control and choice, stronger protection of children online, less exposure to illegal content, who's not at Twitter. For providers of digital services, legal certainty, also Rechtssicherheit, a single set of rules across the EU, easier to start up and scale up in Europe. Und for business users of digital services, also UnternehmensnutzerInnen, access to EU-wide markets through platforms, level playing field against providers of illegal content. Und natürlich verfolgt man damit auch gesellschaftliche Ziele, also for society at large, greater democratic control and oversight over systemic platforms, mitigation of systemic risks, such as manipulation or disinformation. Auch ein großes Thema in den letzten Jahren, wie geht man vor gegen Manipulation, natürlich mit der Popularität von Social Media ist es auch ein Kanal, der beispielsweise in der politischen Meinungsmache eine immer größere Rolle spielt. Wie erwähnt geht es beim DSE ganz konkret um bestimmte große Anbieter, da hat die EU mehrere Gruppen gebildet sozusagen. Die erste und wohl wichtigste sind diese sogenannten Very Large Online Platforms and Search Engines, kurz, oft auch als V-LOPS bezeichnet oder V-LOPS. Wer 10% der 450 Millionen BürgerInnen der EU erreicht, mindestens fällt in diese Gruppe. Und ich glaube, die sind aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe, 14 oder 15 Online Services, da gehören auch die ganzen großen Social Media Plattformen dazu. Dann gibt es noch spezielle Regulierungen für Online Plattformen, die Marktplätze sind oder App Stores und so weiter, für Hosting Services und für sogenannte Intermediary Services. Da gehört alles dazu, was mit der Infrastruktur des Internets zu tun hat, beispielsweise die Anbieter von Domain-Name Services. Diese erste Gruppe, diese V-LOPS sind von einer Reihe spezieller Verpflichtungen betroffen, könnte man sagen. Die müssen neben dieser Dokumentation der entfernten Inhalte, die ich Ihnen vorher gerade gezeigt habe, auch regelmäßig, je nach Größe, halbjährlich oder quartalsmäßig, sogenannte Transparenzberichte veröffentlichen. Nachdem dieses Gesetzeswerk Mitte vorigen Jahres in Kraft getreten ist, wurden die ersten Transparenzberichte bereits veröffentlicht. Facebook hat dazu ein eigenes Portal eingerichtet, Sie finden es unter transparency.fb.com, werde ich Ihnen ebenfalls verlinken. Da findet man eben sämtliche Transparenzberichte Reports, welche Arten von Profiling werden verwendet. Es muss regelmäßig aktualisiert werden, da gibt es bisher nur den 2024er Report. Da kann man sich das alles runterladen und genauer anschauen. Digital Markets Act, da geht es eben um die Marktplätze, Facebook ist ja auch ein Marktplatz. Und da haben wir den Digital Services Act Transparency Report für diese V-LOPS-Plattformen. Auch hier gibt es bisher erst den ersten, ich glaube der zweite müsste dann dieser Tage mal fällig werden. Gibt es natürlich hier für Facebook und Instagram. Und diese Reports enthalten eben sämtliche Informationen, die die großen Plattformen dokumentieren müssen. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass Facebook uns allen in den letzten Wochen und Monaten einen Premium Account angeboten hat. Ich weiß gar nicht, was war in Österreich der Preis. 15 oder 19 Euro im Monat hat natürlich kaum jemand abgeschlossen. Auch das, wenn Sie so wollen, eine rechtliche Auswirkung der DSGVO bzw. des DSAs, weil diese Plattformen verpflichtet sind, ihren Nutzerinnen eine nicht personalisierte Version anzubieten. Und Social Media, Plattformen verdienen Geld mit der personalisierten Werbung. Wenn Sie das nicht mehr dürften, wäre das natürlich drastisch für das Einkommen. Und Facebook hat sich dazu entschieden, das ist der einzige Grund sozusagen für diesen bezahlten Account. Da gibt es das als Feature, dass man die personalisierte Werbung abdrehen kann. Wird interessant sein, rechtlich und ist noch nicht ausjudiziert, ob das hält, ob man sozusagen diese Anforderung tatsächlich einfach mit einem bezahlten Account abdecken kann. Ebenfalls einen Blick wert ist die Transparency, naja, Portal kann man nicht sagen, es ist mehr ein einzelner Text von Twitter, den Sie hier hinter mir am Screen sehen. Ich werde ihn ebenfalls verlinken. Das ist schon sehr frei und flokig dahingeschrieben. Just because a post doesn't violate a policy doesn't mean everyone will like it. Klingt ein bisschen so, als hätte sich der Elon Musk dahingesetzt und das schnell mal runtergeschrieben. LinkedIn fällt da natürlich ebenfalls drunter, die müssen auch ihre Transparency Reports veröffentlichen. Und da ist eine Sache, die kann für uns, jetzt sozusagen abgesehen von der Analyse dieser Daten, aus welchen Zwecken auch immer, sehr interessant im Hinblick auf Social Media Forschung sein. In diesen Transparenzberichten, ich zeige Ihnen jetzt den nochmal als Beispiel, da müssen natürlich auch sozusagen sehr viele Zahlen dokumentiert werden, wie viele Seitenbesuche gibt es, wie viele registrierte und aktive Nutzer. Sind die Plattformen damit jetzt alle vollkommen transparent geworden? Nein, das eher nicht. Aber es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Und man muss schon eines sagen, nicht nur die DSGVO allein, sondern eine ganze Reihe von europäischen Gesetzesinitiativen haben das, wie soll man sagen, das Wildwest oder das lückenlose Tracking von Nutzerinnen sehr, sehr erschwert. Beziehungsweise zumindest dazu geführt, dass wir über diesen Cookie Bar eine weit bessere Auswahl haben. Das viele dann aus Gewohnheit trotzdem und weil es einfach schneller geht immer auf, except all cookies clicking ist dann wieder eine andere Sache. Aber auch da gibt es eine Medizin dagegen, dem Tipp möchte ich heute die Einheit gerne abschließen. Wolfi Christl und Sarah Spiekermann haben ein Buch veröffentlicht, mittlerweile schon einige Jahre alt, das nennt sich Networks of Control, A Report on Corporate Surveillance, Digital Tracking, Big Data and Privacy. Das ist sowohl als Printausgabe, aber auch als komplett kostenloser PDF-Download auf der Seite verfügbar. Ich werde es Ihnen ebenfalls verlinken. Und das ist ein Sachbuch, aber war für mich genauso spannend zu lesen, wie ein wirklich gut gemachter dystopischer Science-Fiction-Roman. Was die beiden in diesem Buch beschreiben, sind eben genau die Szenarien, die Möglichkeiten, wie Daten sozusagen gegen unsere demokratischen, kommerziellen Intentionen genutzt werden können. Und das Ganze sind keine Hypothesen, sondern sie zeigen auch eine Menge praktische Beispiele auf. Datenschutz wird weiterhin ein großes Thema bleiben. Ich musste auch sehr lachen, es ist vor einigen Tagen durch die Medien gegangen. Es tauchen immer, es sind ja nicht nur Menschen, die kommunizieren, sondern auch Geräte. Vor einigen Wochen hat ein Forscher eine Analyse gemacht und festgestellt, dass eine neue Samsung-Waschmaschine, eine Smart-Waschmaschine, die im WLAN connected ist, pro Woche oder Tag etliche Gigabyte an Daten an irgendwelche Samsung-Server geschickt hat. Die Waschmaschine. Sowas ist schon einigermaßen weird und spooky. Und es ist natürlich wichtig, dass wir uns darüber klar werden, dass auf der einen Seite unsere ganze digitale Infrastruktur ohne den Austausch von Daten nicht funktionieren würde. Aber der ganze Bereich ist sehr, sehr schnell gewachsen. Und insofern ist die DSGVO ein möglicherweise, gerade wo es um kleine Unternehmen geht, in manchen Bereichen überbordendes Regelsystem. Aber es beginnt langsam auch tatsächlich Auswirkungen zu zeitigen auf die großen Netzwerke. Ja, und damit sage ich danke fürs Zuhören und live dabei sein. Aufzeichnungen und Links folgen wie gehabt in Kürze. Nächste Woche sehen wir uns wieder im Hörsaal 3 im UZA 2. Dankeschön und schöne Woche noch.